Musik Musik Somba, du verspielst mit deinen Aggressionen mit dir. Doch, doch, super, super. Ado bist Somba. Somba. Somba bist sonderbar. Somba ist nüttelbar. Nein, Eren ist der Mörder. Nicht Levi. Verwechselt das nicht. Ja, aber Levi hat das auch für so einige Leute. Nein. Eren ist der Mörder. Der macht Massenmord. Das hat Levi nicht gemacht. Aber er hat jemanden umgebracht, als er zu sagen. Ja, Titan, oh wow. Ja. Er hat immer noch einen Warn. Oh mein Gott, ich würde mich mal sagen. Bei diesen Titanen-Dings da, wo ich da umgebracht habe. Nacken aufgeschlitzt? Er hat erst gestolpert und hat dann auch so meine Nacken aufgeschlitzt. Er kann nicht stolpern. Ja, schon etwa. Er kann nicht stolpern, okay? Er kann nur mit seinen 3D-Manöver um die Gegend fliehen. Dann ist er mit seinen 3D-Manöver falsch ausgeschlitzt. Und dann sind die Nacken aufgeschlitzt. Ach, Kati, mit dir muss man noch was machen. Äh, wir haben CT. Echt? Ja. Oh. Hm. 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 Oh, mein Gott. Hallo. Du hast dich, du hast dich auch beliebt gemacht. Hahaha. 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 Ein Griff. Hahaha. Das ist super leicht. Hahaha. Hallo. Hahaha. Der Pferd hat keinen Pock-Man. Oh, Geil. Ah, ich muss voll davon zeigen. O-K-Es funktioniert auch nicht. Hahaha. Komm her, Hallo. Hahaha. Hahaha. Wie das gerade aussah. Warte, warte, warte. Wie kriegen das hin? Da, guck mal. Jetzt kannst du schlafen. Da ist gerade eine Kutsche geflogen. Wir haben keine Waren auf der Kutsche. Was für Waren? Wir haben eine Waren auf der Kutsche geflogen. Wir haben eine Waren auf der Kutsche geflogen. Wir haben eine Waren auf der Kutsche geflogen. Ey, mein Waren ist leer. Da ist doch was drin bei mir. Bei mir ist der leer? Ich bin nicht. Was war das? Hallo? Hallo? Rette mich. Ich komme nicht zu dir. Hallo? Oh mein Gott. Es überlebt man im Übrigen. Wenn du jetzt von oben runter springen würdest du mir. Es überlebt man. Keine Angst. Ich bin nicht zu dir. Ich bin zu dir. Vögel ist. Bist du bitte? Bist du bitte? Ich bin sie. Ich bin sie. I-I-I-I-I-I-I. Ey. Wie so ein Fisch. Der kangelt. Das Kaninchen hat Feuer gespuckt. Ja, ist klar, ne? Mann, dein scheiß Pferd! Mann! Jetzt darf ich alles wieder aufheben wegen deinem scheiß Pferd. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo! Hilfe! Der schlägt mich! Ich könnte sie noch von hier treffen. Also, Gatti. Deine Schuld. Okay, Hanna. Tut mir leid. Du darfst mich auch einmal abknallen. Scheiße! Aber ich hab's noch. Nein, ich hab's nicht mehr. Mit dem Pferd, nehm den Zug her, Lauf. Nein! Ich hab gebrannt. Wer hat das denn bekommen? Der rennt, brennt er gut. Lass mich in Ruhe! Hallo! Was ist denn, brennt der? Was ist denn? Was ist bei dem? Oh, dein Pferd! Ja, er hat's umgebracht. Das ist ein Hacker. Der hat mal ein Pferdkratzt-Thread umgebracht. Nein! Was ist denn? Hallo! Ich muss mein Pferd füttern. Hältst du jetzt mal Abstand? Hallo! Hallo, Himmel! Ich lass du dich gleich und fällst du dich auf den Schienen fest. Oh, elegant! Ähm, hallo? Ja. Er fährt dann weg! Was? Ja? Er fährt dann weg! Aber du fährst zurück! Er fährt dann weg! Hallo! Was ist denn? Jetzt lass doch mal hier... Oh! Hallo! Bin! Upp! Doppelmoral. Dein Pferdrand ist schon wieder weg. Nein, warum? Warum zur Hölle? Komm zurück! Hallo, kommst du mit meinem Pferd mal zurück? Bitte, bitte! Ha? Ha? Hallo! Ah! Es tut mir leid! Ah! Es tut mir leid! 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 Warum war das hier viel? Es tut mir leid! Es tut mir leid! Es ist richtig alt! Ich bin wirklich tot! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Wir Sind in K canszap perf~~ Es tut mir leid! Hey, wie blockst du eigentlich ab? Oh mein Gott. Das niegt sich einer vor mir entlang und das ist ein witzes Alu, das ein sehr großes Verlangen hat. Hast du mich gerade erwürgst? Warte, warte, warte. Das war gerade leicht ein Chat in die Zukunft von mir. Oh mein Gott. Was ist das? Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Wie und Tina, auf Amadeus und Sabrina se jagen die Wände. weil sie freunde sind weil sie freunde sind ich meine probleme soll überholen ja dann soll doch einfach überholen was ist dein problem ja jetzt wissen wir warum der bütend ist so und dann haben wir hier die art mensch meine kutsche nein bleibst du stehen halt stopp halt stopp halt stopp ich dachte du siehst du da komm schon bitte wenn du dich hättest alle alle die zu lassen wie du wie du da runter geflogen bist wie du dich wie du dich gerade umgedreht hast wieso was kommt ich würde nochmal also reden wie du dich es ist das zumindest im excellent die